Oh, das liegt immer im Auge des Betrachters und das Ding bleibt aus und schmeiß es hier auf die Gasse. Und es wird sich ausgezogen, Kittel an und dann ab. Haare waschen. Haare waschen? Ja, so wird sich nicht hingestellt bei der Kundschaft hier. Warum denn? Die stinke, ranzig. Die stinke? Fünf Tage? Ja, die sind schön ranzig hier. Ich wollte extra, dass die bisschen glanz waren. Das machen wir nur an die Kundschaft, die ich in Schnupfen habe. Aber meine Hände brauche ich doch. Das wird sofort ausgemacht, bitte. Ich muss mich verabreden für heute. Das macht man heute Abend, das gelangt heute Abend auch noch. Oder in der Mittagspause, das geht auch. Aber hier jetzt während der Arbeit wird das nicht gemacht. Jetzt auszieh Kittel an, an die Arbeit. Aber Sie haben doch gesagt, wir haben Zeit. Ich kann telefonieren, ich kann raten, ich kann essen. Nein, keine Pause. Das haben Sie auch versprochen. Das kriegt alles zusammen. Erstens mal ist es schon viel zu spät. Wir fangen um neun Uhr an. Nein, das kann nicht sein. Na, wer macht denn? Ich weiß nicht. Also ich kann meine Mutter anrufen. Mit ihr habe ich noch besprochen. Was haben wir hier? Was steht da drauf? Anfangen wir morgens an? Von neun bis 18 Uhr. Die halbe Stunde wird jetzt dran. Ja, für jeden, auch für mich. Hallöchen. Und das Ding bleibt aus. Nein. Ich kann mein Handy nicht leben. Ich kann mein Handy nicht leben. Das geht aber jetzt, sonst meinst du dir auf und dann schmeißt du es los. Nein, das ist doch iPhone. Ja und? Fünfer. Ja und? Das kostet 700 Euro. Das interessiert mich doch nicht. Es wird gearbeitet, da unten telefoniert hier. Wo sind wir denn da rum? Wo sind wir denn da rum? Ich hätte das gewusst. Ja, was wäre dann? Ja gut. Kannst du machen wir mal die Haare schön waschen hier? Die sind doch schön. Die sind doch schön. Gut, dass ich einen Schnupfen habe, ne? Sonst würde ich das nämlich... Kittelchen, Haar ziehen, Haare waschen, Shampoo nehmen, zack, zack. Ja. Ganz sicher. Muss ich viel laufen mit den Schuhen, wenn die so groß sind. Was sind die? Sonst überlebe ich die. Schwarze Kittel. Die Shirts. Sind die von der Mutti die Schuhe? Nein, alte. Alte Schuhe, aber die habe ich einmal gekauft. Ja, da war ich auf der Hochzeit hier, ja. Und dann habe ich Warte einfach da vorne gestoppt. Haben Sie Warte? Ich habe Warte. Man kann aber auch Papier reinstecken, ne? Da geht die Spitze nicht nach oben. Es gibt einen Bunt, der gibt es. Sollte ich das anziehen, oder? Steht doch das. Schön. Na doch. Das gefällt ihm schon Carlos so. Ach, der ist leider heute nicht da. Nein. Der Michi freut sich. Wieso? Was haben Sie? Also, ich meine, der war wirklich schrecklich hier. Der hat manchmal hier gesessen. Da habe ich gedacht, der fällt mir vom Schuss runter. Haben wir welche Waschböcken? Rücken. Weiß ich nicht. Oh, je, je, je. Das war so fest, das ist mega. Das war so. 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 Spät gekommen. Umgewäschelt. Stumpf genug nach Bett. Entschuldigung, ich möchte zu sagen. Ohhhhhhhhhhhhhh. Elefen schütten nach. Wenn es rauskriegt. Ich habe einen kleinen Schmuck, einen kleinen Schmuck, einen kleinen Schmuck und einen kleinen Schmuck. Vielen Dank.